Hallo lieber Herr Glöckler, ich hoffe, dass Sie dieses Video noch rechtzeitig sehen werden oder es überhaupt sehen. Ich habe Ihren Facebook-Status gelesen und leider, leider, leider mitbekommen, dass Sie Facebook verlassen möchten, weil es viele User gibt, die leider keinen Anstand haben und Menschen auf ihrer Seite aufs tiefste beleidigen. Ich kenne dieses Problem, auch ich habe viele solcher Kandidaten immer mal wieder in den Kommentaren meiner Videos z.B. oder auf irgendwelchen meiner Kanälen, Facebook, Twitter oder eben YouTube und ich habe von einer lieben Freundin immer den Tipp bekommen, es so zu sehen, dass mein YouTube-Kanal oder meine Facebook-Seite meine Disco ist oder eben mein Club und wer sich nicht benehmen kann, der muss auch wie im realen Leben damit rechnen, dass er draußen bleiben muss und ja, es kann dann durchaus sehr viel sein, dass man eben sehr oft bloggen muss, aber es lohnt sich definitiv, denn sie machen ihre Arbeit ja nicht für Menschen, die sie nicht schätzen oder nicht mögen, sondern posten eben auch auf Facebook für die Menschen, die es eben sehen möchten. Und ich bin einer von denen, der das sehr, sehr gerne sieht. Ich habe viel Spaß und Freude an ihrer Seite und würde mich freuen, wenn sie sich das vielleicht nochmal überlegen, vielleicht ein bisschen weniger aktiv sind auf Facebook, ein bisschen Abstand davon nehmen und dann vielleicht doch weitermachen. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich denke, ganz, ganz viele Menschen, die sie sehr mögen, lieben und auch ihre Arbeit schätzen, würden sich ebenso sehr darüber freuen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich definitiv, ihre Arbeit weiterhin zu verfolgen und sende ihnen aus Lübeck schöne Grüße und allen ihren Fans, meinen Zuschauern und denen, die friedlich und mit Freude zusammenleben. Tschüss!